Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LF17 auf der Hofberg und Reloaded. So, Feld 13 ist fertig bestückt. Wärmen wir mal hier wieder Motor an. Passt. Wärmen wir sind mal nach Hause fahren. So, let's go. Was geht's für das? Okay, das Puma fällt mir gut. Passt. Boah, ist das immer noch so dunkel und vorhanden. Hier soll die nächste Wetterperiode Sonnenschein sein. Wird immer dunkler der Trauen. Passt aber zum jetzigen Wetter. So. Och, ich hab's doch noch heute in der nächsten Jahr. Aber ja. So. Ich hab ja noch einen, den ich hier los schicken müsste eigentlich. Aber guck mal hin. Erstmal bevor wir den. Zum waschen. Der ist ja ein Mistig hoch 5. Necken. So. Wo ist der Festpunkt so schnell wie zu mir? Ich warte auf den Startpunkt. Und er hat auch voll weh. Und dann kommt der Festpunkt. Und dann kommt der Festpunkt zu schnell wie zu mir. Jetzt fängt er fest, dass ich umweltfreundlich lieber noch blockiere. Jetzt fahre wir hier rein, dass er sich ausgefetzelt wie es aussieht. Da kommt er noch, ich sehe ihn schon, da ist er noch. Ich weiß nicht, ob er es nicht hat. So und zack. So, gut, sieht man, das ist ein Getreide. So, dann muss ich den Stuhl waschen. So, das Ding ist ja Mistico 5. So, ich mache Licht, damit man alles sehen. Hier ein Schmutz. Dann machen wir den Korb an. Waschen wir von hinten nach vorne. Korb ist da, aber jetzt geht es an Schlepper an. Oh, das ist ein Mistig geworden. Da ist die Schlampe schmuddelt. Oh, jetzt sieht es schon wieder fast schick aus. Und dann nach vorne was. Was da nicht schick aussieht. So, alles sauber. Dann können wir das Ding wegstellen. Wo hat man denn den Stuhl geparkt? Dann stellen wir ihn hier mit rein in den Dinger. Nehmen den Dingerstreuer. Dann haben wir noch den gleichen Platz für die Tragensäcke. Okay. So, dann stoppen. So, dann kippeln wir ab. Das Gewicht stellen wir vorne hin. Okay, ich spiele mein Ohr am Montan. Aber kein Problem, da kriegt man alles gefehlt. So. Dann packen wir uns nicht mal ein Blut Traschen rein. So. So. Irgendwie ein bisschen graber. So. Da stehst du. Da stehst du. Da stehst du. Da stehst du. Da stehst du irgendwo. Und da schon die Macht noch. Nur halb voll knapp. So. So. Aber du bist nicht ganz so mistig. So. 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 Die ist am schmantigsten, weil der Meister nachher umgewühlt. Balla, jetzt habe ich noch einen Schluck aus wie es aussieht. So, jetzt kommt der Käse dran. Dann wird er langsam sauber. Langsam aber sicher gesäubert. Supi. Das Gewicht noch. So, ist wieder ein Sauber-Case. Der Case wurde nicht mehr geparkt. Ach so, hier mal am Motherfest. Dann kann man hier mal am Motherfest stehen. So, ich muss jetzt hinter die Ecke zirkeln. Mal. Da vorne, wo ich jetzt hinzirkeln soll, wollte er gerade sich. Die Maschine. Dann kommt die andere. Die auf dem Feld ist. So, stopp. So. Stellen wir ab. Das Gewicht schmeißen wir neben das andere. Und jetzt gucken wir mal nach der alltäglichen, alten Arbeit, die so anliegt. So. Das heißt. Mal vom Wasser gucken. Dann fangen wir hier oben an. Dann fangen wir hier oben an. Wasser und Nitraten brauchen wir. Denk ich schon mal. So. Was geht hier über meine Wäsche vertragen. Bei der Gelegenheit. Oh ja. Mal ein bisschen drin. Passt alles rein. Gut. So. Mal vom Wasser holen. Dann werden wir uns um den Seedmaster nebenbei noch kümmern. Aber erst mal eins nach dem anderen. Dass es mit unserer wenigen Schlepper ist am Hoch, die ich habe. Und über bis einen fahren kann. Dann machen wir erst mal das. Im Wasser holen. Ganz soviel Zeit muss sein. Soviel Zeit muss sein. Soviel Zeit muss sein. Halb fünf abends. So. Die Geahrechte ich halt unter weg bringen. Oder eins nach anderem. Immer Stück für Stück. Nächstes ist das Getreide. Was ich hole. Dran. Und dann hier. Kartoffeln. Und Co. Getreideschrot. Und. Ob ich noch genug im Loch oben habe. Im Silo. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das war. Das war unser kleines Feld. Was wir nochmals gepachtet hatten. Und abgewechselt hatten. Wo wir unsere BGA. Und so was fölkig. Hingibbelt hatten. Wir kommen gleich rum. Und hier kommt gleich rum. Und schon mal schnöre gesehen. Kollege. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Wir kommen hier. Aber naja. Ist nicht so schlimm. Wir holen erstmal Wasser. Wenn man hier oben Wasser holt. Wer echt mit dem anderen. den Knacks Action, den 900er Fendt und wir werden schon mal Getreide holen. Getreideschrot von der Mühle und Kartoffeln. Erzauber noch. So, die ich brauche. Du bist leer, brauchen wir jetzt nicht. Du hast noch 8 Schläser, 4 Minuten brauchst du noch. Die wollen wir haben. Die wollen wir haben jetzt. Du hast jetzt eine Aufgabe. So, wo machen wir unseren 10.000 Liter einher? Autosafe, genau jetzt, wo es gar nicht brauchen kann. Das sagt ich mir nicht. Autosafe verziehe ich das jetzt. Genau, das habe ich mir gedacht. Aber wir füllen erstmal wieder alles auf. So. So. Was ist das? Ach so, ein bisschen. Komplett, die haben wir da extra gefeiert. dann holen wir uns erstmal etwas Weizen oder Gerste je nachdem was ich geladen habe da oben drin aber irgendwas wird es schon sein Weizen ist leer Dann haben wir die Gerste Wir haben die Fullen Wir haben die Fullen so Kartoffeln brauche ich hier noch. So. So. von mir. So, Stöcklinger. So, passt. Das ist ein Genauskurs. Stopp. Oh, meine Bremse zieht. Da mache ich die Bremse stehen, du blödes Ding. So, der hat seine Aufgabe erledigt. Das sieht schon mal gut aus. Gucken wir mal, ob er fertig ist mit dem Feld 16. Jetzt ist alles grün. Supi. Das muss ich entlassen. Kurs löschen. Motor aus dabei. So, das war der erste Streich. So, das muss ich an den Hof. Nee, das Getreideschrott nachfüllen. Ah, ich wollte es nicht mehr holen. Versuch es mal gucken, ob ich nur 10 Teile habe. Sonst muss ich doch runter zum Müll. Wir drücken mal die Däumchen, dass wir nur 10 Teile oben drin haben. Ich glaube, das Verstanden ist eingelagert. Und sie haben wir noch nicht rausgeholt. 20 Teile draußen haben wir rausgeholt. Das sind nur 20 Teile. Das sind nur 20 Teile. Schweinefusser. Ne, 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 ne. Schade, 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 doch schnell verballert. Nunja, was kann man es ändern? Schauen wir mal was zu ziften, weil die sind näher. Schauen wir mal nach dem Hund, wenn es da ist, ob der Einer was braucht. Jetzt holen wir erstmal die Tiften. Ich hoffe, der Stube holen, die sind gleich da. Oh, ich bin auch ohne weggeräumt. Ach man, was fährt denn der Scheißding Link denn das immer so beschissen? Ich habe wirklich bald einen Buhrer holen, da fliegt der raus aus dem Sortiment, ja. Bis kurz davor den Freiflug zu kriegen. Ich bin nicht so blöd für das Ding, aber ich will es nicht. Es gibt manchmal Augenblicke, da ist das dann übelstörig. So, damit sich dort rein schweben. Stopp und füll voll. So, aber wir kommen erstmal zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es gerne in der Lübner, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.